neuer sponsor ddd ddd ich will mir die videos trotzdem angucken redly heeft sie wirklich die gibt es bestimmt wirklich oder hey fahrer ich stelle ihr deinen neuen größer vor ich meine sponsor wenn du die von ihm gestellten aufgaben erfüllt hältst du coole belohnung so redet er bestimmt gar nicht aber wir müssen das doch noch machen ja das haben wir ja noch gar nicht gemacht und da kommt das hier kommen wir machen erst mal herausforderer kommen wir machen erst mal das wir gucken mal was das ist herausforderer kasma 1 ok persönlicher rekord zeit des herausforderers warum habe ich da schon rekord 134 herausforder 43 sekunden los geht's versuch mal ist da ist das ja das was soll das sind ja alles richtige spieler ich bin gespannt er legt gut vor er legt gut vor hat er dasselbe moped wie ich hier ist kacke aber das ist ach das ist die erste strecke ich kapier es ja ok jetzt sehen wir die endlich wieder nein ok kann man neu anfangen ach was ok ja ok dann schaffe ich den natürlich nicht über den zug wie geil sie lassen sich hier immer schon sehr geile sachen einfallen das macht echt spaß ich sehe zwar von den strecken nicht so viel aber im hintergrund immer so das schon ziemlich geil alter richtig schön im kopf eingehauen habt ihr das gesehen das tat bestimmt ordentlich weh ok silbermedaille ja herzlichen glückwunsch kasma äh ja neu versuchen klar ja der fährt halt super der fährt halt echt super ich müsste mir die map noch 50 millionen mal angucken damit wir hier eine bessere zeit hinkriegen und jetzt bitte nicht wieder den kopf so ein hauen das tat bestimmt ordentlich weh hier hätte ich gar nicht so viel gas geben müssen sinnlos jetzt schon niederlage leider ich bin so langsam ne ouch ja ok nochmal bitte warum ist der denn hier vorne schon so viel schneller hier der schon wie weit der schon wieder weg ist krass warum ja ok hier verstehe ich hier bin ich gerade super lahm aber davor ouch ein stück zurück ja ist klar na ok kann ich vergessen ja er hat gewonnen das sei ihm gegönnt aber wir können die jetzt normal machen und üben natürlich blöd dass wir die herausforderung nicht geschafft haben aber wir können die üben ich hoffe euch geht es gut und ihr habt spaß mir beim verzweifeln zuzugucken oder beim schlecht spielen aber die hauptsache ist spaß was denn jetzt ladevorgang solange das spiel hängen geblieben oder was dauert er sonst nicht so lange ist die playstation 5 hallo also ich ich glaube das spiel ist hängen geblieben ich starte mal fix neu das dauert mir zu lange das dauert zu lange ich hoffe das ist jetzt gespeichert aber es dürfte eigentlich automatische speicherung haben oder ich weiß das gar nicht bring ubisoft red lids ubisoft noch mehr popcorn fx f mod kommt let's go na bitte willkommen zurück nee will ich jetzt nicht ich will spielen komm wir waren gerade so schön dabei so das bitte noch mal und jetzt bitte laden wäre ganz toll dddd lehne dich vor einem bunny hopp nach vorn um die last auf der hinteren federung zu erhöhen und die höhe zu maximieren klingt logisch hä was denn los hier ich bin ja sonst nicht ungeduldig aber die ganzen anderen sachen gehen doch auch schneller oder los hat die karte ein bug oder sowas hallo trials ich will nur ein bisschen moped fahren na bitte da haben wir es doch dauert länger hier alles klar alles klar dit und let's go ah scheiße ja hier muss ich Gas geben halt das muss ich mir merken nach der Kuhle nach der Kuhle kommt das Haus und dann Gas geben weiter ja jetzt bin ich natürlich viel zu langsam ich probiere es trotzdem mal weiter und hier ja okay hier kann ich springen hier brauche ich nicht so viel das muss ich mir auch merken und hier explodiere ich richtig schön scheiße ah man ey okay jetzt habe ich nur noch auf den Hintergrund geguckt Entschuldigung und hier den Sprung da haut er sich immer voll die Rübe ein oder die na klar und dann ist hier schon das Ziel alles klar das war jetzt richtig ja das war ganz gut hier brauche ich nicht so viel Gas über den Zug das ist so geil oh wir kommen sogar oben drauf wie cool komm schon zum Glück war das kein Unfall yes Gold nice so gefällt mir das oh zum Glück war das zum Schluss kein Unfall und sogar besser als er oder als Dr. Corn Dog zack zack warum hat der das Ubisoft Zeichen dahinter ist der cool oder so dadurch na egal wir haben es cool aber wir könnten uns mal die Hörnchen aufsetzen wo ging das ähm hier Helm ach nee das sind bloß die normalen Zubehör hier ist das bestimmt ja ja cool coole Dämonen Hörner nice hat man was anderes noch schönes nö ich bleib bei der Jacke neue Helme passt farblich ne gar kein Helm ach komm gar kein Helm die stirbt gleich oh Gott ne dann lieber keine Handschuhe sah ja furchtbar aus warte mal was ist die schwarze hier hmm ne mir gefällt trotzdem die Dings besser auch wenn die so hell ist die ist ja wir behalten trotzdem die gut ich würde kann man das Motorrad irgendwie in einer anderen Farbe oder sowas machen geht das geht nur rot oder was ich hätte gern blau oder sowas irgendwie so in die Richtung okay dies ist der Ausstattungsstor der Ort zum Sammeln neuer Ausrüstung hier kannst du nach Basisobjekten oder Community Anpassung suchen immer wenn du eine Community Anpassung kaufst erhält der Schöpfer eine Belohnung in Trialsmünzen das nett bitte beachte für Anpassung mit den Eicheln die mit Eicheln bezahlt werden äh erstens Objekt bereits im Inventar kaufe einfach die Anpassung wenn du Anpassung später aus dem Spiel entfernt werden sollte erhältst du den Kaufpreis wieder erstattet aha Objekt nicht im Inventar du musst zunächst das Objekt kaufen ja ist klar ah ja okay ah das kostet alles so viel ne aber das sieht schon cool aus cool oh das sieht ja auch geil aus richtig mit Ritterrüstung Cyberpunk mäßig ja BB9 BB8 ja gut so viel ist das jetzt nicht hier ne hässlich hm na hier der Schwarze vielleicht hier ist nochmal BB9 BB8 Entschuldigung was habe ich denn mit BB9 grad das ist die Ritterrüstung ne dann bleibt so ja mal gucken vielleicht kriegen wir noch ein paar von diesen Kisten da warte mal wo waren die denn hier Kisten wir haben noch drei vielleicht haben wir was schönes drin lass mal gucken hm ok Aufkleber und eine ärmellose Jacke ich glaube die probiere ich mal an komm mach die nächste auf dim 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 was haben wir neun Helm zwei Sticker pro Halbhelm hä warum haben wir den wieder auf wir haben doch einen anderen angezogen wir haben doch die Mütze angezogen und was haben wir legendär bitte oh ein paar Handschuhe die sehen gar nicht mal so scheiße aus und ein Aufkleber ein Katana Aufkleber das sind sogar legendäre zwei Stück geil ja das nehmen wir und hier zu den Aufklebern wo ist denn das drin ich will das Katana an unserem Moped machen das ist bestimmt cool muss man es bloß finden oder gibt es hier irgendwie neu erhalten oder sowas das wäre nett wenn ihr es seht schreit nö 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 Feuer ok die sehen auch cool aus die haben was mhm 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 der Stern ist cool oh gibt schon ein paar schöne Sachen ok hier wird es nicht dabei sein glaube ich da kann man bestimmt ordentlich rumspielen hier ist der Spiegel den wir gerade gekriegt haben ich brauche gar nicht weiter runter gehen das wird gleich oben mit angezeigt oh hier Tiger Tonic Schweiz Rising Schriftzug oh das sieht auch cool aus das ist auch nice ähm 999 das ist bestimmt auch ganz geil wenn du das richtig hinsetzt ok ja gut B plus na hier A plus haben wir nur immer überall schön wär's 999 ja hier cyberpunk mäßig so ein bisschen ne text hä wo ist denn das Schwert ziffern ziffern bei ziffern ist das nicht oh cool Abnutzung Haarflecken oh das sieht auch geil aus sowas als Tattoo ist immer cool das sieht so richtig schön schmierig abgefuckt aus mag ich immer ganz gern das ist auch cool ja ok Grim Reaper auch immer nett graffiti mäßig so ein bisschen hier gibt es schon hübsche Sachen hier gibt es echt schon hübsche Sachen da ist ein Schwert aber nicht unser Katana Messer Anzeige plus plus Kreaturen wie viel gibt es denn hier ich will mein Katana aber bei Kreaturen wird es nicht dabei sein was das Anatomie ne Anatomie ist es auch nicht aber ist nett oh warte hier hier ist es haha oh hier der Kürbis da unten der sieht auch geil aus ok wir haben das Katana wie kann ich das jetzt dran machen da muss ich woanders hin oder hier Motorrad bestimmt toll aber wir haben es immerhin schon mal gefunden das ist schon mal viel wert äh und nu Bodykit wo muss ich denn da hin ach du scheiße was gibt es denn hier alles Königskrabbe ach du Gott mit sowas kann man fahren ok ja ich würde gerne den Sticker da ran machen aber ich weiß nicht wie ich bin zu doof Felge vorn Felge Scheinwerfer bla 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 rahm ja kein Plan weiß nicht wie es geht egal komm wir machen weiter am rennen hm Werkstatt Shop ne Shop will ich nicht strecken Editor kein Plan muss ich googeln finde ich nicht egal komm wir machen weiter äh noch mal Herausforderer ja verkacke ich doch wieder oder komm wir probieren nur 30 Sekunden willst du mich verarschen ja das schaffe ich doch nicht komm wir probieren es wird mir was abgezogen wenn ich verliere ich denke nicht oder ich hoffe es nicht ach das ist wieder die Strecke scheiße nein 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 das war knapp okay und schon verloren willst du mich verarschen wow ja der war flink der war ist flink 30 Sekunden ist halt krass ne naja das schaffe ich nicht ich gönne es ihm 30 Sekunden Wahnsinn hat er hat er gut gemacht so was machen wir jetzt wir machen jetzt das hier oder wir spielen Hammersten 21 Uhr ich würde halt heute auch gern noch was anderes spielen ich bin mir aber unsicher was vielleicht noch eine Runde Hogwarts oder eine Runde way of hunter also weiß nicht das was ihr vielleicht lieber habt könnt ihr mal was sagen ok die Reise beginnt Ziele beendet die Strecke das sollte ich hinkriegen ohne Zeit oder sowas ist egal alles klar let's go rhino aber hier ein bisschen Trails kann man ruhig auf das mal spielen war ich auch heute bloß weil ich so dachte ist ganz cool und weil ich es in meinem was und weil ich es in meinem in meiner Bibliothek wieder gesehen hatte und da dachte ich mir ach das könnten wir mal wieder spielen war eine gute Idee gewesen guck mal der inner der hat so ein Moped mit diesem Überrollbügel ist eigentlich voll fies oder kann er da keinen Unfall mehr machen wow what the fuck guck mal wie weit ich fliege ich bin zu hoch ach du scheiße ja ich bin zu hoch oh shit ich war noch vorm ersten gewesen ich hätte es noch schaffen können oh man okay wir beenden die Strecke aber nicht gut wir beenden die Strecke aber nicht gut was oh verzeihung ich stecke mal den controller an ich habe angeschlossen ok geschieht dir recht ja das war natürlich nicht so gut nochmal können wir das überhaupt nochmal machen bestimmt Neustart das muss man erreichen 5313 von Bumblebee Tuner ok mit 3M nicht so hoch hier hui nah zu hoch wir hätten hier gar nicht so hoch gemusst shit mal komm lass krachen ja ich bin zu hoch wieder nice zu hoch und dadurch haben wir es nicht geschafft weil wir zu hoch waren nein also wir haben gold ja aber shit war so knapp oh so wirklich so knapp scheiße komm wir machen nochmal ich würde den gern besiegen weil ist ja machbar wie es aussieht ach scheiße komm lass krachen und wie war fliegen meine fresse hier war ich wieder zu hoch das ist schon geil nein ja scheiße das hängenbleiben grad ich hab nicht ich hab nicht weitergedrückt oh sogar ach Gott ja das war kacke das hängenbleiben hat's grad versaut ich bin hängen geblieben oh oh scheiße bringt mich das überschlagen weiter eigentlich nicht oder na scheiße ich vergesse mal dass ich ja nicht so viel gas geben muss bringt mich das irgendwie weiter nee oder das hat keinen sinn oder shit also ich wüsste nicht was mich ja ich weiß nicht okay das war ganz cool grad ich weiß nicht das ist einfach nur cool oder also loopings machen komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ah fick dich doch uh you is the greatest yes i have and but i played four years ago for the first time but not for a long time and sorry for my english my english is very bad have a great time thanks okay nochmal komm und jetzt geht mein fernseh gleich aus ihr wollt mich doch verarschen ja das war kacke komm schon oh no my english is very bad i know most of the words but when i speak it it's terrible komm schon ach gott noch mal thanks that's very nice i hope you uh have a great day and enjoy the street that's all so uh the language i speak is german deutsch ja nicht so hoch ja komm schon komm schon wir haben ihn oh beautiful language i think it's hard to learn and it's a very strong language mit schmetterling krankenhaus und so weiter and so on i mean okay wir haben es endlich super nice gefällt mir gut juri the greatest thanks for uh your follow um i have um i have uh alert or follow but i don't think it had it had start or i wonder what that means die reise beginnt the journey beginnt no problem okay ich glaube der alert hat nicht getriggert glaube ich warte bei ich muss mal ganz kurz was gucken hat das funktioniert moment 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 ich schaue mal ganz kurz was ja das hat funktioniert ja das hat funktioniert komisch da muss ich wohl noch mal reingucken und das noch mal ausprobieren ja gut uh yes i have played the game four years before and i don't know how to uh delete the the level and here the story begin begins from new i gotta go have a great day bye okay ja ich hoffe also eigentlich habe ich den alert halt drin aber ich weiß nicht ob der jetzt geklappt hat nervt mich ein bisschen muss ich sagen weil ich dachte eigentlich das funktioniert muss ich dazu drin sein eigentlich nicht das andere hat ja auch funktioniert vielleicht dadurch das kann natürlich sein okay kann natürlich sein weil ich musste halt mein passwort ändern oder ersetzen na gut und ich muss das ein stück weniger machen aber ich habe erst alles eingestellt auch das mit dem bot deswegen kommt der bot gerade so oft ich muss das ein stück hoch setzen gut dass ich das aber inzwischen weiß das ist schön schön das auszuprobieren schön das auszuprobieren weil da kommt ein bisschen kommt ein bisschen zu viel ich muss das mal nochmal einstellen entschuldigt das für heute aber das stelle ich fürs nächste mal ein gut auftrag abgeschlossen perfekte kann dann 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 dann